Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video mache ich nun endlich das schon lange angekündigte Video, wo ich die neue Blu-ray-Box von Fernsehjuwelen und Alive, die die zusammen rausgebracht haben, quasi bewerten möchte. Ich möchte das Video aber gleich ergänzen, indem ich die Unterschiede zwischen der Blu-ray-Box von Fox, also von Fernsehjuwelen und dieser Box hier, vergleichen möchte. Denn diese beiden Boxen haben ein paar Parallelen. Ich kann mir vorstellen, dass da einige von euch wissen wollen, was da der genaue Unterschied ist. Ich werde auch ein paar Bilder einblenden von dieser Box hier, also wie die Qualität so ist, die Blu-ray-Qualität von den Filmen. Und werde euch auch sagen, ob es sich lohnt, die Box zu kaufen. Für wen es sich lohnt oder ob ihr, wenn ihr diese Box hier habt, diese Box behalten könnt und auf die Box von Fernsehjuwelen bzw. von Fox verzichten könnt. Nun fangen wir einfach mal an mit dem Inhalt dieser beiden Boxen. Und der unterscheidet sich nur in einer Hinsicht, nämlich dass diese Box hier, diese Blu-ray-Box, die es übrigens auch als DVD-Box gibt. Und da müsst ihr aufpassen, dass ihr die beiden nicht verwechselt. Denn die DVD-Box sieht optisch identisch aus, nur mit dem einzigen Unterschied, dass hier unten sechs DVDs steht. Rechts unten drei Blu-rays und hier oben steht ein Blu-ray-Logo. Aber ansonsten sehen die Boxen identisch aus. Also beim Kauf aufpassen, dass wenn ihr die Blu-ray-Box haben wollt, ihr nicht auszusehen dann doch die DVD-Box anklickt. Der Inhalt zwischen dieser Box oder der DVD-Box von Fernsehjuwelen im Vergleich zu dieser Box hier ist, dass hier fünf Filme drauf sind und hier sind sechs Filme drauf. Der Film, wo bei dieser Box enthalten ist und bei dieser Box fehlt, ist der Film Schrecken der Kompanie beziehungsweise auch bekannt unter große Kaliber, im englischen Titel Great Guns. Dieser Film ist hier enthalten. Zum allerersten Mal wurde dieser Film veröffentlicht. Er war zwar auch schon auf der Lachen Sie mit Stan und Olli DVD-Box enthalten, auf dieser hier. Allerdings war er da bildtechnisch nicht wirklich bearbeitet und allerhöchstens in VHS-Qualität enthalten. Mit der ZDF-Synchronisation, die damals auch bei Lachen Sie mit Stan und Olli verwendet wurde. Auf dieser Box ist der Film also zum allerersten Mal enthalten. Sowohl auf der DVD-Box als auch auf der Blu-ray-Box und er ist mit der ZDF- und Kino-Synchronisation enthalten. Also mit beiden Synchronisationen. Man kann während dem Film zwischen beiden Synchronisationen hin und her wechseln. Auf dieser Box ist der Film nicht enthalten. Alle anderen Filme von Fox sind allerdings auf dieser Box enthalten. Der einzigste Unterschied ist also, dass auf dieser Box der Film Schrecken der Company fehlt. Auf dieser Box fehlt er, auf dieser Box ist er enthalten. Soviel erstmal dazu. Dann gibt es noch den Unterschied, dass auf dieser Box hier nur eine Synchronisation drauf ist pro Film. Und auf dieser Box könnt ihr bei jedem Film zwischen der Kino-Synchronisation und der ZDF-Synchronisation hin und her wechseln. Wem das also wichtig ist, dass er beide Synchronisationen hat, dem würde ich diese Box empfehlen. Wer sagt, ich kann darauf verzichten, dem würde ich diese Box empfehlen. Auf dieser Box sind einige Filme mit ZDF-Synchronisation drauf. Also mit der Synchronisation, die wir auch von Lachen, Zieh, mit Stan und Olli kennen, wenn wir damit aufgewachsen sind. Oder mit der Kino-Synchronisation. Also da schwankt es zwischen den Filmen hin und her. Da gibt es Filme, wie gesagt, mit ZDF-Synchronisation und Filme mit Kino-Synchronisation. Beide Boxen haben aber eines identisch. Bei beiden Boxen ist kein Lachen, Zieh, mit Stan und Olli-Vorspann von Theo Lingen enthalten. Sondern die Original-Kino-Vorspänne, die es damals gab von Fox. Wer also Wert darauf legt, die Vorspänne von Lachen, Zieh, mit Stan und Olli zu haben und nur die ZDF-Synchronisation zu haben, dem empfehle ich diese Box. Allerdings sind da die Filme geschnitten. Das heißt, ein paar Filme auf dieser Box, da fehlen so ein bis zwei Minuten, die damals rausgeschnitten wurden. Diese entfernten Szenen sind allerdings auf der Fox-Box dann enthalten. Auf dieser Box. Da sind die entfernten Szenen enthalten. Meistens entweder mit der Kino-Synchronisation oder eben mit der Original-Synchronisation. Wenn es gar keine deutsche Synchronisation gab, dann sieht man hier für die entfernten Szenen kurzzeitig den englischen Ton mit deutschen Untertiteln. Auf der Lachen, Zieh, mit Stan und Olli-Box ist dann natürlich auch noch viel mehr enthalten. Das sind dann die ganzen Spielfilme enthalten. Also 21 Spielfilme, die damals bei Lachen, Zieh, mit Stan und Olli gesendet wurden. Also nicht nur die Spätfilme, die dann auf der eben genannten Fox-Box drauf sind. Das ist der Unterschied. Ebenfalls gibt es einen Unterschied zwischen dieser Box und dieser Box, was die Bildqualität betrifft. Die Blu-ray-Box hat nochmal deutlich besseres Bild. Mit Ausnahme von große Kaliber. Also Schrecken der Kompagnie. Hier ist die Bildqualität etwas besser als DVD. Ansonsten sind die Filme auf dieser Blu-ray-Box. Jetzt habe ich hier gerade die DVD-Box erwischt. Auf der Blu-ray-Box hier. Wie gesagt, ihr müsst die beim Logo unterscheiden. Ansonsten sehen die identisch aus von der Aufmachung. Bei der Blu-ray-Box ist die Bildqualität nochmal um einiges besser. Was vor allem die Kontrastschärfe betrifft und die Aufmachung. Also man merkt einen deutlichen Unterschied, dass einfach alles viel satter und besser aussieht. Allerdings merkt man dies auch nur, wenn man natürlich auch einen Fernseher hat, der die entsprechende Qualität hat. Also Full HD aufwärts. Dann merkt man hier einen gravierenden Unterschied. Ansonsten kann man auch gerne hier auf die DVD-Box zurückgreifen. Wobei die sich preislich kaum unterscheiden. Wie wir hier sehen, 30 Euro für die DVD-Box, 35 für die Blu-ray-Box. Und wer auf den Film große Kaliber verzichten kann und sagt, okay, den brauche ich jetzt nicht unbedingt noch dazu. Der kann auch auf diese Box zurückgreifen. Denn da ist die Bildqualität auch ziemlich gut. Und die bekommt man für 31,71. Aber die gibt es auch bei Ebay oder bei Medimops oder so zum Teil deutlich billiger nachgeworfen. Nämlich, wie wir hier sehen, auch für 4 Euro oder für 14 Euro. Also hier könnt ihr dann die gebraucht billiger bekommen. Ja, also grob gesagt, der einzige Unterschied ist eben, dass es keine Wechseltonspuren gibt bei dieser Box hier. Und dass der Film, äh, dass der Film Schrecken der Kompanie hier nicht enthalten ist. Ansonsten gibt es zwischen dieser Box und dieser Box kaum einen Unterschied. Wie gesagt, nur die Bildqualität und der ebenfalls nicht enthaltene Film. Ansonsten ist, äh, sind die Filme sowohl hier als auch hier meines Wissens nach, ähm, komplett. Denn ich hatte früher ja mal diese Box, bevor ich sie wieder verkauft habe. Ja, und, äh, wie gesagt, der größte und gravierendste Unterschied ist eben der Film Schrecken der Kompanie, der hier fehlt. Und die Bildqualität, die eben auf dieser Box nochmal ein Ticken besser ist. Wer jetzt allerdings sich überlegt, ähm, die DVD-Box zu kaufen, dem kann ich sagen, die DVD-Box von, äh, Fernsehjuwelen, ähm, hat auch sehr gute Bildqualität. Also in etwa so wie die Kinowelt-Filme, die es, äh, damals gab, die Kinowelt-DVDs, äh, man kann mit der DVD-Qualität von der Fernsehjuwelen-Box zu den Spätfilmen sehr gut leben. Es gibt da, ähm, ja, was heißt kaum einen Unterschied. Natürlich auf der Blu-ray wirken die Bilder nochmal satter und, äh, die Farben satter, also die, die, äh, die Schwarz-Weiß-Töne nochmal satter. Aber, äh, alles in allem kann man auch gerne die DVD-Box nehmen. Ähm, vom Inhalt her unterscheidet sich die DVD-Box zur Blu-ray-Box nicht. Es, äh, gibt ebenfalls alle sechs Filme drauf, auch, äh, Schrecken der Company. Es gibt ebenfalls eine Wechselton-Spur zwischen, äh, Kino-Synchronisation und ZDF-Synchronisation. Also hier unterscheidet sich wirklich kaum etwas. Also man kann hier gedroht auch zur DVD-Box greifen, wenn man keinen Blu-ray-Player hat, oder es gibt ja Leute, die wollen sich gar keinen Blu-ray-Player zulegen. Ähm, dann könnt ihr auch definitiv zur DVD-Box greifen und bekommt da auch ziemlich gutes Bild, äh, geboten. Was ihr allerdings auch bei dieser Box geboten bekommt, da ist das Bild nämlich auch sehr gut. Nur der Unterschied ist, dass, ähm, eben der Film, äh, Schrecken der Company, wie gesagt, hier nicht drauf ist und ihr, wie gesagt, keine Wechselton-Spuren habt, sondern bei manchen Filmen mit der Kino-Synchronisation und bei manchen mit der ZDF-Synchronisation leben müsst. So, wer allerdings jetzt, äh, sagt, okay, da sind ja gar nicht alle Spätfilme drauf, die Laurel und Hardy gedreht haben, dem muss ich zustimmen, denn Laurel und Hardy haben noch zwei andere Filme gedreht. Also nicht nur die sechs Filme, die hier drauf sind, sondern, äh, sondern die haben, äh, nach 1940, ist ja die Hal Roach-Ära zu Ende gegangen. Bei Hal Roach haben sie ja die meisten Filme gedreht und da haben sie noch Filme bei Fox und MGM gedreht. Und die MGM-Filme, die sind hier auf dieser Box nicht enthalten und die sind auch auf dieser Box nicht enthalten. Die MGM-Filme waren Schrecken der, äh, Schrecken aller Spione, auch bekannt unter dem ZDF-Sendetitel Bombenkerle und der Film Die Leibkirche seiner Majestät, auch bekannt unter dem ZDF-Sendetitel, ähm, äh, nichts als Ärger. Diese beiden, äh, Filme sind auf dieser Box und auch auf dieser Box nicht enthalten, die kann man aber separat kaufen mit der ZDF-Synchronisation von Lachen Sie mit Stan und Olli und nochmals mit einer besseren Qualität von, vom Bild her, als mit der, äh, als auf der Lachen Sie mit Stan und Olli Fernsehjuwelen-Box, kann man diese Filme nämlich separat kaufen auf dieser DVD. Diese DVD beinhaltet den Film Hollywood Party in einer deutschen Synchronisation, wo Laurel und Hardy, äh, drei Gastauftritte meines Wissens nach geben. Allerdings sind, äh, äh, die Gastauftritte zwar auf Deutsch, aber nicht mit den gewohnten Synchronsprechern, sondern hier wurden neuere Synchronsprecher verwendet. Die Leibkirche seiner Majestät, die ist hier komplett drauf ungeschnitten. Mit der ZDF-Synchronisation und Schrecken aller Spione, Bombenkerle, ist hier ebenfalls drauf, auch ungeschnitten mit der ZDF-Synchronisation, also mit der Synchronisation aus Lachen Sie mit Stan und Olli. Diese DVD-Box gibt es zu kaufen, bei Medimops zum Beispiel oder auch bei Amazon, die gibt es für 14,92 Euro, die kann man aber auch bei Ebay immer wieder mal günstiger erwerben. Da sind, wie gesagt, alle drei Filme drauf. Wer die Filme einzeln kaufen möchte, den Film Die Leibkirche seiner Majestät, gibt es zum Beispiel hier auch zu kaufen. Ebenfalls mit der ZDF-Synchronisation als Einzelfilm und auch den Film, äh, Schrecken, ähm, Schrecken aller Spione, den gibt es ebenfalls zu kaufen. Moment. Erstmal hier den Film Hollywood Party, den könnt ihr auch einzeln kaufen. Und den Film Schrecken aller Spione. Den Film Schrecken aller Spione, den könnt ihr hier ebenfalls kaufen als Einzel-DVD, aber wie gesagt, man kann auch alles komplett in einem Paket kaufen. Allerdings ist diese DVD, ähm, ja, relativ teuer noch und meistens wird sie auch, äh, ja, nicht mehr so oft angeboten. Also die Mengenanzahl ist wesentlich weniger als die, bei den Einzel-DVDs, aber wer das im Gesamtpaket haben will, dem könnte ich diese Box hier empfehlen. Dann habt ihr die ganzen Spätfilme quasi komplett. Die DVD-Qualität von, äh, den einzelnen Filmen, die hier enthalten sind, ist ziemlich gut. Also auch auf Kinoweltniveau, wer die Kinoweltboxen von damals kennt oder später die, äh, die Studio Channel Boxen. Es gab ja von den Dicken und Doof Boxen nochmals eine Neuauflage unter, äh, Studio Channel. Und, ähm, ja, also die, die Bildqualität kommt in etwa an diese Boxen hin. Allerdings nicht an eine Blu-ray. Diese Filme gibt es meines Wissens nach, also die Leibkirche seiner Majestät und Bombenkerle Schrecken aller Spione, gibt es meines Wissens nach auch noch gar nicht auf, äh, Blu-ray zu kaufen, auch nicht im Ausland. Also hier müsst ihr mir DVD-Qualität bisher euch zufrieden geben. Vielleicht kommen die Filme irgendwann später noch, äh, auf Blu-ray restauriert raus. Also denke ich schon, dass da auch, äh, die MGM-Filme noch, ähm, auf Blu-ray restauriert werden. So, das war jetzt, äh, mein Fazit zu den einzelnen Boxen. Also ich kann diese Box hier jedem empfehlen, der darauf Wert legt, die Bildqualität nochmals deutlich kontrastreicher zu haben. Ich kann jedem die Box empfehlen, wer darauf Wert legt, beide Tonspuren zu haben, also sowohl die Kino- als auch die ZDF-Synchronisation bei jeden einzelnen Filmen. Und ich kann die Box jedem empfehlen, der natürlich einen Blu-ray-Player hat und der den Film Schrecken aller, äh, Schrecken der Company, beziehungsweise, ähm, große Kaliber, Great Guns, äh, wer diesen Film noch nicht in deutscher Synchronisation hat und wer sagt, okay, die Bildqualität von der Lachen-Sie mit Stan und Olli-Box ist mir zu schlecht bei dem Film, dem kann ich die Box auch empfehlen. Und, ähm, ansonsten könnt ihr auch, wie gesagt, gerne auf die DVD-Box zurückgreifen, denn auch die DVD-Box von, äh, Fernsehjuwelen bietet ein ziemlich gutes Bild. Also hier müsst ihr wirklich keine großen, ähm, keine großen Einstriche machen, was die Bildqualität betrifft. Also hier können auch die Leute mit einem Röhrenfernseher oder mit einem Fernseher, der nur, nur HD-Funktion hat oder vielleicht, ähm, ja, noch gar keine HD-Funktion hat, ähm, die können hier auch getrost auf die DVD-Variante zurückgreifen, denen wird da auch ein gutes Bild geboten, das, ähm, besser ist als auf der Lachen-Sie mit Stan und Olli-DVD-Box. Allerdings auf der Lachen-Sie mit Stan und Olli-DVD-Box, wie gesagt, habt ihr noch mehr Filme drauf, die ihr hier nicht drauf habt, denn hier sind nur die Fox-Spätfilme drauf. Ähm, die Box kann ich auch empfehlen, wenn jemand sagt, okay, ich hab diese Box schon, ähm, der kann die Box gerne behalten. Muss allerdings die Abstriche machen, dass, äh, auf dieser Box, wie gesagt, nur eine Synchronisation pro Film drauf ist und dass der Filmschrecken der Company hier eben fehlt. Wer darauf verzichten kann und sagt, okay, ich warte, bis irgendwann der Filmschrecken, äh, der Company, äh, große Kaliber auf Einzel-DVD oder Plure rauskommt, wer sagt, okay, ich kann so lange warten oder mir ist es nicht so wichtig, der kann die Box gerne behalten, wenn er sie schon hat und der muss dann nicht unbedingt auch noch diese Box kaufen. Wer allerdings, wie gesagt, Wert darauf legt, dass er beide Synchronisationen pro Film hat und dass er den Filmschrecken der Company auch noch hat, dem kann ich die DVD-Box hier empfehlen oder eben die Blu-ray-Box von, äh, Fernsehjuwelen. So, das war's jetzt mal grob zusammengefasst. Ich werde zum Abspann noch ein paar Bilder von der Plure-Variante der, ähm, der Fernsehjuwelen-Box einblenden mit etwas Musik darunter. Dann könnt ihr euch dann im Endeffekt selber entscheiden, ob ihr die Blu-ray-Box hier kauft oder auf die DVD-Box zurückgreift oder ob ihr sagt, okay, ich hab schon diese Box und nur wegen dem einen Film lohnt sich das nicht, äh, ich behalte die Box hier. Dann könnt ihr die auch gerne behalten und seid trotzdem gut bedient, was die Bildqualität betrifft. Also, das kann dann im Endeffekt jeder selber entscheiden. Gut, ich danke fürs Zuschauen und ich wünsche alle noch einen schönen Mittag, schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr das Video jetzt von mir hier anschaut. Danke! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020